Kurz nach Geburt, Charlotte Crosby für zweites Baby Die geordichore Bekanntheit Charlotte Crosby, 32, und ihr Partner Jake Ankers sind im Oktober 2022 zum ersten Mal Eltern geworden. Das britische Paar durfte eine kleine Tochter namens Alba Jean Ankers auf der Welt begrüßen. Inzwischen würde die stolze Mutter ihre Familie am liebsten schon wieder erweitern, Charlotte ist schon jetzt, wenige Wochen nach der Geburt, bereit für das nächste Baby. Im Interview mit OK! Magazine betonte Charlotte jetzt nämlich, dass sie sich rund zweieinhalb Monate nach der Entbindung schon auf die nächste Schwangerschaft freue. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, noch ein Baby zu bekommen, hob die 32-Jährige hervor und fügte scherzhaft hinzu, jetzt habe ich den Dreh raus. Charlotte habe vor der Geburt ihrer kleinen Alba eigentlich damit gerechnet, dass das Muttersein total anstrengend ist, doch für sie habe sich das Gegenteil bewahrheitet. Ich habe offensichtlich das traumhafteste Baby, oder ich bin einfach die beste Mutter der Welt, vermutete die TV-Bekanntheit. Ich habe offensichtlich das Baby, oder ich bin einfach die Ich habe auf den Weg, oder ich bin einfach die Beine,